Der weltweite Waffenhandel ist wieder deutlich angestiegen. Nach Angaben des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI nahm das Geschäft mit Rüstungsgütern zwischen 2012 und 2016 um 8,4 Prozent zu. Die größten Exporteure sind demnach die USA und Russland, gefolgt von China, Frankreich und Deutschland. Allerdings gingen die deutschen Exporte in diesem Zeitraum um 36 Prozent zurück. Der größte Waffenkäufer war Indien, gefolgt von Staaten im Nahen Osten. Soweit für den Moment. In einer Stunde melden wir uns mit der Wirtschaft zurück. Bis später. So, unter Umständen haben wir bekommen, dass gerade ein bisschen was schiefläuft. Also nicht hier im Studio, sondern da draußen, im Land, in Europa und in den USA sowieso. Hass ist ausgebrochen. Menschen wollen sich abschotten, Mauern und Zäune errichten. Rechte Parteien bekommen Zulauf wie lange nicht. Nicht in Deutschland, aber auch in Ungarn, Holland, Frankreich. Und viele glauben ausgerechnet solchen Politikern, die nachweislich lügen.